dann tun wir das doch mal bis die finger bluten wenn ich angreifen werde ich erschossen könnte ihn knacken ich lasse es aber okay die war versiegelt noch ein inhalator munition kriege ich nicht auf terminal benutzen tür aufschließen diese einrichtung befindet sich auch gegen der abgehilten modus autorisierungscode erforderlich gut eingeben rechtser topson akzeptiert willkommen mr topson persönliche dateien sicherheitsprotokolle prüffachprotokoll 79 persönliche protokolle s tanaka tanaka sicherheitschef tester higgins schon wieder dieser dickkopf ich habe ihn dabei erwischt wie er an einer robotereinheit herumgefuscht hat also musste ich ihn wegen beschädigung von konzerteigentum melden nur falls ich diese notizie ein paar tage später erneut diese sollte daran erinnert werden dass ich ihn bereits verwarnt hatte er hat schon immer ein wenig krumme gedanken gehabt hatte schon immer ein wenig krumme gedanken er hat sich mit einem logik einen der logik module beschäftigt habe es konfisziert ich belasse es auf weiteres unter verschluss 87 persönliche protokolle fühle mich unwohl in meiner haut der konzern tauscht nach und nach alle wachen mit robotereinheiten aus wenn das so weitergeht habe ich bald keine leute mehr denen ich als chef der werksicherheit dienen kann nur eine kleine armee von robotereinheiten die herumschwirren und ihre waffen gezückt halten der konzern meint sie wären sicher sind programmiert uns menschen wie die ihren zu behandeln im gegensatz zu uns menschen werden die robotereinheiten auch nie müde ich weiß nicht so recht fühle mich unwohl in meiner haut aber der konzern hat sich bisher noch nie geirrt das wird schon passen 98 persönliche protokolle ernst fall ist eingetreten robotereinheiten durchgedreht habe mich hier eingeschlossen sammle gerade meinen mut werde versuchen zum kontrollraum zu spenden kann von da vielleicht alles lahmlegen werde diesen eintrag nach meiner rückkehr löschen hat ja anscheinend nicht geklappt und nummer sechs automatisiert die nachricht nummer sechs grüße sicherheitschef s tanaka diese automatische nachricht wurde durch die spacer's choice arbeitssicherheitsnotfall protokolle eingeleitet abgeregelter modus wird initialisierte wurde initialisiert das ist keine übung dein handeln während der abregelung wird in dein quartalsbericht untersucht unbehagen ist ein typischer nebeneffekt lebensbedrohlicher situationen der durch eine solche abregelung hervorgerufen wird bekämpfe dein unbehagen mit einer eiskaltenflasche zero g brew zero g brew damit dein leben nicht immer nur bier ernst sein muss den stammverzeichnis zurück und verlassen hier komme ich immer noch nicht durch aber hier komme ich jetzt rein wer weiß ob das gut ist diese lampe steht hier sehr dekorativ hier ist versperrt dann gehe ich mal hier runter und guck mal kurz was jetzt im stirbroboter passiert ist hier chemikraftwerk terminal.de sicher zu ludwig zurück kümmert ich mit einem roboter speer so gar ein logik modul irgendwie wird mir das gerade hier ein bisschen zu viel raum aber egal da geht so ok mich irritiert es ein wenig dass wir eigentlich dorthin müssen das ziel ist da drüben und trotzdem sind wir irgendwie hier schön wie viele bit module die man hier so findet ok den müssen wir jetzt hier rein geht ja kein andern weg da ist ein roboter wach posten da ist ein roboter wach posten die uns noch nicht gesehen haben zum thema wach auf dem posten hast dich geschrieben und notiz habe eine ausgabe von handbuch ein handbuch zum weltraum maschinenbau ausgeliehen ich glaube es waren drei ich muss in der grube irgendwas lesen besten dank ok dann gibt es den dritten teil hier irgendwo zu finden terminal benutzen zugriff auf reparaturbericht 12 mechanikerbericht 12 konzernleitung hat ein techniker team geschickt um unsere robotereinheiten komplett zu überarbeiten jede drohne jede wacheinheit es steht mir eigentlich nicht zu aber läuft das nicht eher gegen die mission von smasers choice die bude hier so kostengünstig wie möglich zu managen für den fall einer überprüfung bin ich natürlich äußerst stolz teil der space of choice familie zu sein space of choice ist die nummer eins für günstigen tant im ganz halcyon space of choice ist immer die beste wahl auf bericht nummer 20 habe gerade eine routine durchsicht unserer wacheinheiten unter mir habe dabei ein paar seltsame modifikationen in ihren logikmodulen festgestellt besser konnte ich noch keine komplette analyse durchführen deshalb weiß ich auch nicht was ich genau was genau modifiziert wurde ich weiß nur dass diese modifizierung bei einer der neuen upgrades aufgespielt wurden der konzern hat vor einigen wochen jede einzelne robotereinheit im kraftwerk komplett überarbeitet das haben wir wohl den extra einbestellten techniker zu verdanken habe direkt einen bericht abgeschickt abgeschickt aber mein vorgesetzter meinte ich sollte mich nicht weiter darum kümmern meinte nur der konzern wisse schon was er tut hat mir aufgetragen die sache komplett zu vergessen habe auf eigener faust ein wenig rumgeschnüffelt habe mir so ein logikmodul besorgt hat für ein paar eigene experimente denke ich auch hier jetzt hoch bezüge den angriff auf die roboter noch ein paar sekunden werden die hier unten rumlaufen noch mehr zu looten und leichtes maschinengewehr und ihn hier schlüsselkarte um sicherheitschef fähigkeit zu niedrig nicht optionen halt ist das gut ist das gut damit ich schätze das gut schon ist zu gut dann kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken hier waren wir ja schon drin er wollte in der grübe irgendwas lesen hier haben wir auch schon alles geguckt gut Fabriker weiter hat aber was fallen lassen wir gehen sollen wir alle einlassen ok tun wir es nein oder meinte gar nicht uns also wenn dann gehen wir erstmal weiter oder von wegen wir sind nicht real so bist du ok er meint uns oder sie sind wirklich nicht real guck mal ich höre munition und dann drei ok irgendwie macht der typ einen komischen eindruck du bist nicht real du bist nicht real du bist nicht real weg von mir phantom schau schau berück dich ich will dir nicht wehtun spitze noch ein verrekter schleichen 30 ich wollte dich nicht erschrecken die meisten sehen mich nicht kommen berück dich ich will dir nichts tun ja natürlich die phantom haben nie gesprochen ich wusste ich nicht diesen spratten sehen sehen Higgins das ist weshalb du musst immer deine spratten bevor du ich bin kein hingeschwindet nur mal halblang sag mal lieber was mit dir los ist du bist spratz natürlich spratz sind eine excellente source für meine täglich empfangenen zu merkwürdig chester d higgins das ist eigentlich deine aufgabe und wie lange bist du schon hier wie lange bist du schon hier ja und was machst du hier oh higgins has been many things over the years sprat wrangler saltuna critic aether wave personality chairman of the board galactic defender systy pig tycoon i've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant ähm so warst du ein ingenieur ich spezialisiert in automechanicals drones sentries repariert sie maintain upgraded did it all from my old workroom just over in the next section äh wenn du mit den reporternheiten gearbeitet hast wärst du sicher wie man sie aufhalten kann gut gut war das bevor denn nachdem du zum zisten schwein magnat wurdest wie lange hast du hier unten so lange überlebt sie säuert sich so aus als wäre schon lange Zeit verlassen worden was ist passiert du wurdest nicht getroffen ich warst also die ganze Zeit hier unten warum bist du nicht verhungert ich will die Frage nicht stellen du hast also Spratz gegessen was ist hier passiert Mechanicals lost their bolts open fire on anything that moved it was pandemonium das ist ja schrecklich wie konnte das nur passieren you mean why did the mechanicals go on a murderous rampage same reason any of us do I suppose the voice told them to do it I was on cleaning duty at the time my old boss had me scrubbing pipes when the killing started so as usual I missed out okay wenn du mit diesen robotereinheiten gearbeitet hast weißt du sicher wie man sie aufhalten kann look I don't want to fall into any trouble with the mechanicals if they wise up to our plans they will come for us with prodding irons mit den robotereinheiten kann ich schon umgehen schließlich bin ich hier bis hierhin gekommen oder you know you remind me myself back when I was an intergalactic adventurer I discovered a flaw their hostility levels were hardwired to maximum there is no changing that but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead das wäre eine gute idee ich habe eben kurz gedacht er würde jetzt sagen ich war auch mal ein Abenteurer so wie du aber dann habe ich einen Fallen zugekriegt Technik 10 die robotereinheiten folgen den Befehlen ihres Logikmoduls jemand hat sich daran vergriffen geht so danke jetzt habe ich Chester's Code weißt du wo ich einen Logikmodul herbekomme ich wollte dir was fragen wie konntest du so lange überleben ist hier ekelhaft wir drehen uns hier im Kreis okay nicht ich weiß ich weiß Ja, wie es heute geht. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen saner geworden. Ich finde es super, wie schnell sie den Helm abnimmt. Und auf! Okay, ich gehe jetzt wieder hoch. Ganz hoch. Spontan in die falsche Richtung, aber ganz hoch. Und ganz raus. Logikmodul. Verhalten anpassen. Roboteinheiten verhalten Modus nach Modus. Eindringlinge. Operation Option wählen. Neues Ziel wählen. Fehler. Roboteinheiten in dieser Einrichtung zielen ausschließlich auf Eindringlinge. Jedwede Anpassung an dieser Einstellung ist verboten. Dein Verstoß wurde an den Leib... Blanken in deiner Leibzeitangte vermerkt, Higgins. Eine offizielle Abmahnung kann bei jedem Vorgesetz eingeholt werden. Neuen Modus wählen. Eindringlinge definieren. Alle Personen, die nicht als Besitz von Spacers Choice identifiziert wurden. Möchten Sie die Definition von Eindringlinge anpassen? Ja. Spacers Choice Roboteinheiten als Eindringlinge definieren. Definition von Eindringlinge wurde erfolgreich angepasst. Angepasste Definition wurde erfolgreich am Wachpersonal weitergeleitet. Es dauert einigen kurzen Moment, bis die Anpassungen vorgenommen wurden. Und aktuell definierte Eindringlinge entfernt werden. Neuen Modus wählen. Will nicht. Okay, vier. Okay, jetzt sind die Roboter die Feinde von den Robotern. Und da muss ich zum Logiken-Duel, aber ich kriege jetzt die Tür nicht auf. Deine Nahrung lasse ich mal hier rumschwirren. Wieso habe ich die noch nicht mitgenommen gehabt? Was können wir hier denn? Ähm. Keine Ahnung, was ich gerade angestellt habe. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Okay, hier hatten wir ja. Okay, volle Energie. Habe ich hier was geändert. Haltet die Strom um. Nächste hier Ingenieur. Ich sollte hier zurückkehren, ja. Ich wollte aber still Roboter noch machen. Vielleicht kommen wir jetzt da hin. Okay, wir kommen da hin. Logik-Modul. Und jetzt darf ich zu Ludwig zurück. Das ist gut, das mache ich nämlich dann auch. Bevor ich dann endlich die Entscheidung hier treffe. Das ziehe ich wirklich mit ins Letzte Händlichen. Zu Ludwig. Dann gebe ich das nochmal zurück. Dann habe ich nämlich alles an Quests hier gemacht, was wir machen wollen. Hi. Bring uns Ehre, Soldat. Ich habe da etwas... Du hast etwas von deinem Logik-Modul gesagt. Ich habe eins im Geothermie-Kraftwerke gefunden. Bange auf, Soldat. Du bist ein Kredit für deine Uniform. Oh. Das erinnert mich. Du hast einen Blick, um uns eine Uniform zu bekommen. Ja. 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 Okay, pass auf dich auf. Gut. Wir haben eine Menge Schrott. Maschinenbau-Handtuch. Was ich jetzt erstes abgeben werde. Damit alles, was... ...wichtig ist. Das Kugelding kann inzwischen, glaube ich, auch weg. Ich habe einen besseren Stab gefunden. Einschlaghammer. Den Rest lasse ich so. Und wollte noch in mein Tagebuch gucken. Ängstliche Ingenieur. Eine Reise. Zum Botanik-Labor. Dann gebe ich... ...Favorottis. Freund doch mal. Das letzte Buch. Hoi. Ja, ich habe das letzte Buch gefunden. Ja, natürlich. Den dritten Teil. Der verschwunden, glaube ich, der dritte Teil. Das hat eben in einem Geothermie-Kraftwerk versteckt. Der geothermie-Kraftwerk? Ja, das ist einfach unglaublich. Du wirklich sprachst du da unten? Adelaide hat uns immer gesagt, dass es mit den Schmerzen von hostile Mechanicalen war. Ja. Das ist ein komplettes Setzen. Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe noch etwas für dich. Nur eine kleine Kontraption, die ich gefunden habe. Das sollte direkt in deinem Ausflug. Ja. Du hast erhalten eine wechselschisch geladene Oberfläche. Danke. Zugnaufstich. Fähigkeiten. 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 Und noch einen updaten. Und dann halt nochmal hier Führung. Vorteile habe ich keinen neuen gekriegt. Und die Rufe gucke ich mir nochmal an. Angesehen, angesehen. Gern gesehen. Bis ich gleich eine doofe Entscheidung treffe. Die ich jetzt machen muss. Ähm. Greed hatte ich gebeten, eine Nachricht von einem Ende. Bevor ich ins... Ja, habe ich. Jetzt stehe ich vor, dass du den Stromnetz gegen das Botaniklabor umleitest. Und damit Edgewater zum Stromnetz nimmst. Ich kann auch hin schnell reisen. Na gut. Und ich glaube, ich habe gerade entdeckt, dass... Das grüne Ding Verkaufsautomaten sind. Ja. Das grüne Ding mit dem daneben sind Verkaufsautomaten. Okay. Und jetzt zu der Entscheidung. Ich bin ja so entscheidungsfreudig. Ich glaube, ich mache das auch so, dass ich noch ein... ...die andere Wahl... ...bauschnitt reinbringen. Wo ist es? Da ist es. Wunder so einen kleinen Spin. Mal gucken. Vielleicht sollte ich erstmal... ...den Tab drücken. Einmal kurz speichern hier. Und dann fortsetzen. Strom umleiten. Warnung. Sicherheitsmodul ausgelegt. Moderate bis schwere strukturelle Schäden sehr wahrscheinlich. Umleitung des Stroms ist unumkehrbar. Anfrage wird aber bearbeitet. Strom umleitung fehlgeschlagen. Warnung. Eine Eingabe erforderlich. Bitte aktiviere die drei Stromschaltkreise. Da komme ich mit Tab aus. Okay. Jetzt muss ich das auch noch selber machen. Alles muss man alleine machen lassen. Da drüben. Wann komme ich hier wieder hin? Ja. Vielen Dank. Stimmt, hier bin ich ja vorhin abgebogen. Passt das auf, verbrenne ich nicht. Hatte ich die nicht umgebaut? Hatte ich die Roboter nicht so umgestellt, dass sie sich gegenseitig eingreifen? Ah. Ja, gute Frage. Mir egal, was mit dem Mail passiert. Ja. Ganz entspannend. Wir treffen uns ja nicht mehr an. Wir treffen uns ja nicht mehr an. Wie verablos. Ich bin Wunderspiegel. Wir treffen uns ja nicht weiter. Jetzt gucken wir ihn jetzt. Wir machen uns ja nicht mehr so. Wir machen uns doch mal wunderschönen. Das ist klar. Untertitelung. BR 2018